Die Ermordete wohnt genau unter mir. Ich hatte einen Traum, der war sowas von schräg. Was ist das? Sieht aus wie ein Biss oder sowas. Das ist das Zeichen des Hexenzirkels. Was passiert mit mir? Wer das Zeichen trägt, wird zu ihrem Opfer. Ist es auch in dir drin, oder Jess? Hilf mir! Jessi! Jessi!